Ich mag nur eine kleine Kette mal ausprobieren. Kann man die auch höher setzen, die Regale? Ja, aber nicht viel. Jetzt hoffe ich, dass die Fotos, die dürften ja nicht so ein Problem machen. So, jetzt lass mich das mal hier an die Wand bringen. Geht nicht. Warum nicht? Okay, geht angeblich nicht. Ja, ich will das Bild auch sehen können. Ich will es ja nicht von mir wegdrehen. Wo ist es denn jetzt hin? Wo ist es hin? Ach, hier. Ich will es doch nur drehen. So. Das ist doch ein hübsches Foto. Ne? Ich finde das toll. Hier genau. Mist. Ja, dann machst du das nachher. So, sie ist da. Und ja, genau. Im Fitnessstudio sollst du natürlich, natürlich am Computer irgendwas machen. Nicht irgendwie Sport machen, weswegen ich dich hierher geschickt habe. Ne, Quatsch. Der mobbt mich. Was geht denn an das andere Gerät? So. So, sehr schön. Hey. Rogeln ist verboten. Oh, es hagelt draußen. Ist aber nicht schön. Oh, wie die Katzen zusammen spielen. Ist das traumhaft. Anschmiegen. Dann kannst du mal kratzen und dann was futtern. So, wir haben Simoleons, Champignons und Bananen. Günther fängt ein paar Fische. Wo wohnt eigentlich seine Tochter jetzt? Hat die jetzt ein Haus gefunden? Greenwood, Dill Clay. Ich glaube nicht. Fuchser, Hausierer. Hier ist Frau Familie Richter. Prudence. Hm. Wreckett, Bailey, Pester, Dill Clay. Ach, hier wohnen die. Schön. Traumhaft. Ist ja richtig schön gemütlich hier. Ei, ei, ei. Jo, die wohnen jetzt hier. Ist ja schön. Ah, ja. Ah, ja. Was war jetzt hier? Leon hat eine Gehaltserhöhung bekommen. Sehr schön. Ja, das ist halt die Beflügelung durch den, durchs, durchs Baby. Hey, sie könnte jetzt natürlich mal Omi Melena kann natürlich mit dem, wo ist denn der Kinderwagen hin? Hat denn jemand schon im Inventar? Ah. Dann kannst du ja mal mit Oliver ein bisschen spazieren gehen. So. Günther. Günther sollte vielleicht mal noch mit jemandem telefonieren, damit sich sein Wunsch erfüllt. Oh. Saburie. Huch. Ja, stimmt. Das war ja mit den Anhöhen und so. September. Wo ist denn Kitty? Kitty futtert was. Oh, das brauchen wir nicht haben, das brauchen wir nicht haben. So. Huch. Was war denn das? Wer kommt da? Wer kommt denn da? Was ist denn das? Sophia Carlton. Okay. War das ein Pilz, der hier aus der Erde geschossen ist oder was war das gerade für ein Geräusch? Äußerst seltsam. So, sein Sozialbalken steigt, das ist eine schöne Sache. und er freundet sich dabei natürlich auch mit seiner Omi an. Ah, süß. Wo ist sie denn jetzt? Ach, da. Na, Hauptsache, sie kommt wieder nach Hause. So, du hörst mal auf und dann kannst du nach Hause joggen. Dann kommt Leon jetzt heim. Mist, ich war zu spät. Herzlichen Glückwunsch, die gute Leistung von Leon hat ihm einen Bonus von bla 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 und er ist jetzt nur ein Laden-DJ. Die richtige Musik steigert die Kauflust der Kunden. Wähle stimmungsvolle Lieder, um die Sims in Kauflaune zu versetzen. Schön. Er ist am obersten Level angekommen. Okay. Echt Lebensmittel? Ich dachte, ich dachte, er wäre Buchhändler. So kann man sich irren. Na gut. Okay, dann. Mutti geht spazieren. Also es ist ja jetzt Omi, nicht mehr Mutti. So, was fehlt ihm denn jetzt noch? Oh, er will sich aufwärmen. Ist ihm denn kalt? Benötigte Freunde 10, derzeitige Freunde 10. Er braucht einfach nur noch einen Kumpel. Dann, wo kann er denn mal hingehen? In die Lakeside-Bibliothek. Ist da jemand? Hallo? Nö, es ist Quatsch, brauche ich nicht hingehen. Doch, da ist jemand. Und zwar, ah, Max Winter. Mit dem kann er ja mal Freundschaft schließen. Okay, Nessa hat eine neue Fähigkeit in Sport. Ne, jemanden trainieren. Nessa, wir übertreiben mal nicht. Du gehst joggen, du bist keine Profisportlerin. Was ist denn das hier? Ah, okay. Der tanzt schon wieder. Der Doofmann. Ärgert da wieder die Katzen, weil er Musik anmacht. Tico, Tico, Plum. Moment mal. Ich bin mir grad nicht sicher, ob das hier im Spiel war oder gerade woanders. Ich war etwas verwirrt über diesen Sound. Ich glaube, es war nicht im Spiel. So. Ja, bring das Kind mal heim. Dem ist bestimmt auch schon kalt. Nein, dem ist nicht kalt. So. Mit einem Baby im Schaukelstuhl schaukeln. Das kannst du machen. Seid ihr schon Freunde? Nee, noch nicht. Geh mal ran. Kannst du dann gleich deinen Tabcast neu einstellen und dann weiterlesen. Nein, bin ich nicht. Sorry, aber nein. So. Sie geht dann baden. Oh, der Knirps hat Hunger. Was machen denn die Katzen da? Die folgen. Ach, süß. Ihr Wunsch hat sich noch nicht erfüllt. Ah ja, stimmt. Ich wollte ja eigentlich mit Max reden. Ey, ich bin so doof manchmal. So, wo ist denn der? Ist der noch da? Bitte lass ihn noch da sein. Er ist nicht mehr da. Okay. Dann muss ich vor wem anders mit meinen Enkeln prahlen. Muss er nur irgendwen noch kennenlernen. Dann begrüßt die mal nett. Begrüßt die andere mal nett. Die scheint gehen zu wollen. dieser Wunsch scheint sich auch nicht erfüllen zu wollen. Wo ist er denn? Ach, doch jetzt. Okay, ähm. Mit Enkeln prahlen. Upsala. Hat gerade was geruckelt. Kennenlernen. Tag verschönern. Über erneuerbare Energien reden. Über Recycling reden. Du hast ganz schön viel, worüber du reden kannst hier. so, gib dem Knubs mal die Flasche. Dann kannst du ihn ins Bett legen und selber was essen. Klebrige Carbonara, das ist doch eigentlich ganz gut. Dann kannst du aufs Klo gehen und duschen, noch Zähne putzen. So, er hat Kochen Level 10 erreicht. Und jetzt anscheinend noch was, genau, fotografieren, Level 10. Was kann Melena denn noch machen? Sie kann mal das Bild hier betrachten. So. Oh, sie will noch ein Kind bekommen. Kann sie machen, aber erst mal ein bisschen später. Das erste Baby ist ja gerade erst mal da. Ach, der ist es, der diese Geräusche macht. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Harwood ist schon ziemlich alt. Ach, das ist aber traurig irgendwie. Auf Bett knuddeln. 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 Vielen Dank.